Liebe Römer, Gospieler und alle anderen, für die das Internet noch neuland ist, ich stehe hier für die St. B. NMU-C, die Vereinigung weiterer NMU-Charaktere. Und es ist meine Aufgabe, das Anliegen, welches unter unserer Doppel-D-Frost-Panzerum schlummert, an euch alle heranzutragen. Wir sind Zwerge, Elfen und Menschen und allen folgen wir euch wenig in die vier Himmelsrichtungen W, A, S und D. Und bleiben wir nicht, haben wir unsere Führerlein, der churinistischen Videospielgesellschaft gelitten. Jeder männliche Charakter hat ab später, seit NMU-5, eine vollständige Rüstung mit Kämpfer und Genitalschutz. Und nun sieht mich an, ich bin NMU-75 und was habe ich, um ein paar Leben zu sichern? Ein Lospeschnitt für Gamer über den Bauchgabe. Doch damit ist jetzt Schluss. Dies sind die Forderungen der Frau B. NMU-C. Weibliche Charaktere dürfen nur noch von weiblichen Spielerinnen erstellt und benutzt werden. Wir formen anständige Rüstungen, die auch mehr bestehen als einfach Pupi-Facts. Ein bisschen, etwas Stoffpätzen und ein bisschen Kling-Kling. Wir haben das Wichtigste, das Wichtigste zu decken und nicht das, was die geneigten Herren nun wieder denken. Und wo wir schon dabei sind, sämtliches unnötiges Gepanzen wird gestrichen. Wir, sie kennen Bauchtetzerinnen, sind es letztendlich Kriegerinnen. Die Macht, die zeigt mittelalterliche Erfolge der Freude und überdimensionierter Zahnstocher ist vorbei. Wir wollen anständige Waffen. Ich bin ein Teil, die mich auch mit einer vollgenadene Glock 17 zufrieden hat. Doch damit nicht genug. Hier ist unsere wichtigste Forderung. Allen Quest-Belohnungen wird mit sofortiger Wirkung standardmäßig eine Packung Tampons mit Fortschritts-O-B-Soft hinzugefügt. Und wenn die Game Designer, Spieler und nicht vor die Türgeher dieser Welt und damit Forderungen nicht nachkommen, dann könnt ihr, äh, dann könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr euch eure Orts-Sandwiches in Zukunft selber machen. So! Und die hier nehme ich mit. Und die hier nehme ich mit.